Verkehrte Welt bei Bares für Rares. Weil ihr Objekt wesentlich wertvoller ist, als gedacht, plagt eine Verkäuferin das schlechte Gewissen. Sie ist sogar regelrecht traurig. Aber warum? Katharina Mayer aus Jesteburg kommt mit einem Ring in das Pullheimer Walzwerk bei Köln. Den habe ich einer netten alten Dame abgekauft, die ihn einschmelzen lassen wollte, erklärt die 53-Jährige im Gespräch mit Horst Lichter, 62. Letztlich gefiel ihr das Schmuckstück aber so gut, dass sie sich dagegen entschied und es kurzerhand selbst behielt. Im Rahmen der beliebten ZDF-Show soll das Finger-Accessoire nun einen neuen Besitzer finden. Expertin Wendela Horz ist begeistert. Der Ring ist nicht aus Gold, sondern aus Platin, erklärt die 54-Jährige. Die drei Diamanten in der Mitte seien um 1920 in Altschliff gearbeitet worden und brächten rund 1,4 Karat auf die Waage. Die Verkäuferin wünscht sich 600 Euro für das funkelnde Schätzchen. Bezahlt hatte sie der vorherigen Eigentümerin 1,250 Euro. Angesichts des reinen Materialwerts von 160 Euro ein fairer Preis, wie Horz findet. Aber der Wert dieses schönen Ringes aus den 20er Jahren, den würde ich ganz anders bewerten, merkt die Expertin kurz darauf an. Nämlich mit 1.000 bis 1.200 Euro. Nach dieser Top-Expertise ist Meier fix und fertig. Das ist eine Ansage. Jetzt tut mir die kleine alte Dame leid. Ich fühle mich schlecht, erklärt die Jesteburg-Erin traurig. Leider sei die Frau bereits tot, sie könne sie also nicht am Gewinn beteiligen. Zum Glück hatte Horst Lichter eine zündende Idee, um den Verdruss zu beenden. Tu irgendeiner netten, lieben, alten Dame etwas Gutes, riet er der Verkäuferin, die daraufhin ihr Lächeln zurückfand und in den Vorschlag einwilligte. Doch würden die Händler für das Platin-Objekt wirklich so tief in die Tasche greifen? Der gefällt mir gut, sagt Susanne Steiger, 41. Doch auch ein paar ihre Kollegen haben Interesse. Wolfgang Pauritsch, 51, startet mit 500 Euro. Schnell steigt der Preis. Bei 800 Euro kommt es zum Bietergefecht zwischen Daniel Meier, 51, und David Suppes, 36. Letzterer sichert sich letztlich für 1150 Euro den Zuschlag. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen, freut sich die Verkäuferin am Ende über einen Reingewinn von 900 Euro.